Oh, Panic ist in der Outlab. Also beidem überzählte sind in der Outlab. Ja, du, fein, die brauchst du ja gar nicht. Na. Bleib, wenn sie zu heiß. Ja. Okay, interessant. Du bist bei mir gerade straight in die Wand, äh, fast gegen die Wand gefahren. Metrix. Watt, 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 watt. Ja, du bist bei mir gerade, äh, so, weil du aufgegeben hast, so fast, äh, straight in die Wand. Leute. Kann das irgendwie erklimmen? Ich müsste es mir mal angucken, wie das aussah. Das wäre mir ein bisschen wichtig, einfach für mein eigenes Ego. Auch wenn das dieses neue Existenz ist, aber man, man, man möchte ja trotzdem sich irgendwie selbst befriedigen, irgendwie. Wait, what? Das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Das habe ich jetzt so nicht gesagt, hoffentlich, oder? Ich hab dich. Was? Dinger, du bist eine scheiß Katze. Friend, nein! Und sie war so, der ist so riesig. Oder, der ist so klein. Natürlich ist er so klein und nicht so riesig. Hier will ich, oh Gott, mir uns überbringen. Glaub mir, das wird, das wird eine Tortur. Bei mir wird das eine Tortur. Ich glaube, es, glaub mir. Glaub mir, das wird bei mir gefühlt unmöglich. Oh, big G. Ihr suspension ist komplett knackert. Aber es ist keine Angst, du kannst. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Da ist nicht. Es gibt nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nicht. Es liegt. Da ist nicht. Das ist alles. Ich bin traurig ich glaube ich springe noch mal runter an den kisten vorbeilaufen die kisten die ich brauche ich habe das jetzt gestern acht mal erklärt um in kingdom hearts 1 mit dingen interagieren zu können müssen alle herzlosen in der nähe besiegt werden da sonst das interagieren mit items geblockt wird das heißt keine kisten keine türen nichts ich muss die gegner töten ich will diesen schwanz lass mich an das ding ran du kackfisch so oh oh oopsie why is someone so fast what the hell okay let's be careful because of the spinottos oh 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 it's i need to break oh no it's in oh no guys you okay oh ich died oh man oh man and now i know i know calm down calm down calm down and now it was a really strange ex äh, experience. You okay? Do not cut the chicane. Daddy? Yeah, Daddy. No game, no life. Alter. Wenn nicht bald ne zweite Staffel, ne? Alter, ich geb mir die Kugel, wirklich. Film. Komm ich kurz, machen wir irgendwie kacke, diese Autos zum Fernsehen? Oh Gott. Ja, das ist gut genug. Stellt euch mal vor, jemand ruft bei ner Sex-Hotline an, nur um zu kuscheln. Alter. Also einfach, um jemanden zu haben, der zuhört. Wait, what? Machen viele? Kann ich an diesen Dildo ersticken, wenn ich ihn in den Mund nehmen? Das wäre voll witzig. Oh mein Gott. Oh nein. Ich bin ein Mädchen mit nem dicken Schwanz. Ich bin eben bei Not- Ich bin ein täglich einer Frau. Oh Gott. Vielen Dank.